Welche Map kommt? Metro! Oh! Unsere... Pirates-Map! Ne, wirklich! Die Map davor, seine Überquerung. Das war meine absolute Lieblings-Map. Besser wird's nicht mehr und besser war's automatisch. War gut zu wissen, ne? Ja. Also Metro ist auch bestimmt ganz witziger. Jetzt packen sie alle einen Tube aus. 100% Ja, und du bist einer davon? Ne, ich werde ihn diesen Eintaus packen. Ich hab schon zu viele Kills damit, deswegen. Also ich packe sie wahrscheinlich die M60 aus. Ich hab einen Monsterscharm. Entschuldigung. Lade, 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 lade. Gemült sich dir auch nicht, wenn du bei dir im Badezimmer ein bisschen singst. Na klar. Weißt du das? Ich hab kein Schnurl-loses Herze, deswegen. Das reicht nicht, ein bisschen das Badezimmer, also. Bei mir reicht es. Vielleicht wohne ich hier im Badezimmer. Das kann natürlich auch ne Möglichkeit sein. Das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Wir könnte die ganze Zeit auf dem Klo sitzen und nebenher zocken. Müsste ich nicht mehr aufstehen, wenn ich aufs Klo muss. Hör doch nur mal kurz an. Ja, und wenn du... Ja. Du bist ein Kollegenschwein. Gleichfalls. So lange du dir dann noch den Hintern abbringst, ist ja alles in Ordnung. Ja. Ja, habt ihr jetzt noch so ne Hüse einbauen lassen? Ja, habt ihr jetzt noch so ne Hüse einbauen lassen? Ja, habt ihr jetzt noch so ne Hüse einbauen lassen? Ja, habt ihr jetzt nicht. Geht den Weg obwohl den meinen Hüse einbauen lassen? Habt ihr... Habt ihr gestern kostet dieses Vortraus, du Assi? Ja, und du könntest ja auch allein. Sooo. Habt ihr auch endlich mal geladen. Gooooh. Wir könnten theoretisch Killer-Kaju. Ach du verdammte Kacke. Ich weiß nicht, dass Killer-Kaju. Hey, hier haben wir die schon brau hoch. Das steht jetzt noch so schneller wie hier. Werner steckt sich denn hier, komm. Ist einer Mann gestorben. Werde ich wiederbeleben, guck mal. Nein, ich bin selbst tot. Da hinten seid ihr. Ich bin da vorne hinter der gegnerischen Linie. Die stehen auch schon wieder so 5, 6 oder so stehen. Wart mal kurz. Wart mal kurz, bevor die sind alle unidisch. Wer ich? Da kommt. Nein. Jetzt nur einer von hinten. Das war schade. Keine Wicht. Hätte ich in der Frontmärkte gehabt. Ah. Wellcome sowieso. No rocket, keine Infanterie. Wenn wir noch sehen. Ja. Ja. Schauen wir doch vor. Das war die ganze Zeit. Ja. Jetzt sind alle hier. Ja. Wir sind als Gott. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen... Boah. Nein, vor den Heilen da. Ja. Jedermann zählt. Ja genau. Die schießt halt immer mit einer Raketenwerfer auf mich. Weil ich auch so schwer zu besiegen bin. Verdammt. Ja. Rane du liegst da? Ja. Ja. So. Nach vorne um die Ecke. Ach komm. Was? Was verstehst du nicht unten liegen lassen? Ja. Ja. Das ist ja schwer. Wie viele sind das, ey? Mopi! Was? Nein! Verdammt, wir haben mich grad wiederbelebt! Wir haben übrigens schon wieder alle Einsatzziele, ey. Die sind hier ab. Oh, die werden wiederbelebt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, wie wir wiederbelebt haben. Dafür brauchst man definitiv wieder. Verdammt! Verdammt! Ich hab dich gerade, glaub ich gerade. Von hinten, von hinten, von hinten! Ey, der geht mir mit. Der läuft direkt vor meine Nase. Puh! Das sieht schon wieder sehr schlecht für uns aus. Aber ich kann überhaupt nicht reißen. Naja, ich kann jetzt mit. Nein, ich bin schon drei. Nein! Ist auch alle Cheater da drüben. Waaah! Hier, ich... Ich bin mal einfach schön rein damit. Los! Na, da erst einmal! Ja, da sind nicht los. Vieryyyyyyyy! Ja, da sind auch noch... Ich fülle gerade alle, die... Ein Nikkei. Ja, da ist der komm! Mann, wo ist der denn da vorne, dass der drüben ist! Ja, da vorne. Nach vorne drüben ist der mit 40%... Ich bin stoich nicht alt, ey. Aber, das Ganze Magazin kriege ich da von Jungs. Stimmt nicht. Wow, das ist ein Dabnik. Ich werde die erste abhandeln. Jetzt reicht es mir aber. Da, wie schmeckt man in der Nase. Da um die Ecke landen wir drei Leute. Da sind mehr als zwei Leute. Nix von dir. Der andere. Kannst du mich wieder beleben? Immer doch. Jetzt aber hoch in den Haus rein. Ja. Ja. So, ich setz mal ein paar Gamer aus. Na komm hier, wir rüber in den Zaun. Ja, was macht ihr uns als Bomben hier im Haus? Gamer hier. Wir gehen jetzt in den Zaun um, oder? Hast du eine Ammonie? Ja, das fliegt eher. Okay. So. Hm, wir gehen mal um. Alles. Kommt alle rüber in den Haus bitte. Dann schaffen wir das. Ja. Ich versuche jetzt gerade... Wo bist du da im Haus? Okay, gut. Moment, ich komme hoch. Äh, mehr oder weniger. Ich bin bei dir. Hier. Ja, ich hier drinnen auch. Hast du ihn? Wo seid ihr denn? Ja, ja. Scheiße, Granate, Granate, Granate. Ja, Martin nimmt wieder eine Claim. Boah, oh, verdammte Kacke. Keine Granaten runter. Ja, von hinten kommt einer. Ah, von beiden Seiten, ey. Die kümmern sich irgendwie alle hier gerade um uns. Oh, hinter mir, hinter mir, hinter euch, hinter euch. Ja, ja. Ich bin schon tot. Ah, gut. Ah, gut. Ah, Mann, der muss schon gestorben. War ein guter Versuch, aber er hat nicht viel geklappt. Ah, so, super. Ja, keiner braucht den Karo. Unter uns ist einer. Kein Problem. Boah, Alter, von wo hat der mich denn weggesnipelt? Ich komm mal gerade aus dem Stützpunkt raus und bin schon weg. Ja, da hinten stehen sie doch wie die Coyoten. Die stehen da hinten raus und snipen auf die Mails. Verdammt, Claymore. Link unten, kannst du mich wiederbeleben? Kannst du? Boah. Boah, ich verpiss mich jetzt der ganze Tag oben. Ich bin schon backen. Nein, Gameboy. Ja, wo mir hier der liebeste Start von Lightning gezeigt hat. Ich bin schon weg! Ich hätte ein Medici dabei. Ah, das hat einer aus dem Dach gef- äh... auf Wettbeiffallen. Ach komm! Ah, da kam der Gegner. Schade, schade, schade. wo steckste oben ja die einen hat erwischt da kommt gleich einer rein doch bei waldski nein das gibt es doch nicht genau die wand ist weg ich muss da wieder sehen wenn da jemand kommt ach so eine ratte hat meine m60 genommen verdammt das noch einer doch mal ein elektro schocker das kann doch nicht wahr mann alle einheiten wir haben das reichsatz ziel verloren ok eigentlich wir wollen sparen keine ahnung eigentlich soll das durch geht aber nicht ja drück mal rechtsklick drück mal rechtsklick ist schon zu spät was machst du denn da oben so halt auch A ich will da versuchen in die Nebenwirkungen zu kommen er wird mit den Kiel geklaut ja wie er wurde von von Wecker und hat auch alles weg und ich verkehren die anliegt ja da ist ein bisschen weiter oben ach ja ach pass auf da kommt einer hoch den lässt du mal ganz einfach in Ruhe ok ich will nur sterben verdammt da hat er sich gesehen ah man ich hätte mehr von dir haben ey der hat sich in dem Moment grad umgedreht wo ich nach ihm packen wollte und bist du gerade hier auch bei A nächstes Mal du meinst du gerade hier alleine nicht retzen nicht tot ok ich hab den Typen noch getötet ich hätte ihm erst am drinnen aber ich hätte irgendwie keinen Bock ach scheiße nein ah da oben im Haus außerhalb der gerade ach ach ich sehe die ich sehe die der Feind kann doch nicht alles erinnern aber ach ach toll kaum wieder belebt schon wieder in der selben Stelle gestorben komm spawn bei mir ja ich spawn bei dir ich bin bei dir komm her ihr Pisser ja her oben oben wo man sich standen könnte oder auch nicht mehr was wohne bei dieser pass auf das ist einer meine Dämon gelappt ja das ist mir grad egal solange an das hier direkt hoch kommt wo ist der denn wo ist der denn ah der ist oben ok was da ist noch einer da kommt gleich wieder einer hoch pass auf dankeschön immer wenn ich meine Klee muss in den IG kommt da immer ein Sack ok der oben ist der Ober oh Gott der verdammter Brenner ich musste jedes Mal drunter fallen ja ja ich hab ihn ja ich hab ihn sauber ah hier ist nochmal ein Medi-Kid für euch da ist nochmal einer da ist nochmal einer oh ok oh scheiße da sind drei Leute oh mein Muni oh mein Muni oh scheiße er hat mich auch weg ok oh du bist nicht ich bin noch da ja zum Glück warst du der einzige denn nicht ich bleibe weggerottet wo das ich weiß eben wann ich mein Tube und wann ich mich danach lasse größer und bau noch einer auf der Straße oh scheiße verdammt die alle ich sehe den nicht das ja kann auch nicht genau sein wir packen mal ein bisschen schwerer komm da hoch und dann ja lag da hinten die kommen in den Grabhaus oh hinten da werden ich kleben wollen selber ich bin noch hier sind zwei hier sind zwei hier sind zwei sind da hoch ich bin noch ich bin noch ich bin noch ich bin noch bei dir Arne ja ja pass auf da kommt noch einer hoch da kommen noch zwei ich bin wieder tot beim Spawner das kommt im nächsten Patch dafür wenn man nicht so wenigstens jetzt sofort wird na komm das gibt es auch nicht so komm mal ey aah man stirb stirb kann ich jemanden wiederbeleben von euch? ne ich bin leider wieder direkt beim Spawnen bevor ich... ich liege auf der Treppe ich liege auf der Treppe welche Teste muss ich drücken? verdammt ach ne Jubus kann Sanität der Arne du musst Medic sein verdammt da ist schon wieder einer aah verdammt da liegt noch einer könnte mich wiederbeleben ja ich bin da ah scheiße drei Leute von denen scheiße da konnte ich nicht mehr machen hau die weg ja ich bin tot ich bin genau um die Ecke gelaufen Moment ich komme ich bin einmal kurz runter gesprungen und dann von unten Ja das mache ich die ganze Zeit dann noch mal Claimers also dann drücken wir weit vor wir haben uns mal ok wir haben uns mal wir haben einen Punkt wir waren schon mal unten bei der Metro da waren wir schon seit 10 Minuten irgendwie habe ich das Gefühl ja aber jetzt sind wir da wohl wieder komm jetzt holen wir uns mal ein Bravo wie lange sich das zerspreuzt über die Gegner nicht Alpha? ok gut bravo ja Alpha auch Alpha ist genau so wichtig aber auch ja ich folg dir ich folg dir mal ach Anne ist auch dabei gut ja Moment Moment ich folg dir gerade noch nebenan zum Beispiel in meinem Namen ja wo? wohin mit der Granate wohin mit der Granate wohin mit der Granate hier die bewachen uns ich weiße ab ich hab's erwischt hier das ist doch kacke ganz pöse hier wo wiederbelebt wird zu erschießen ist wuuh ach das steht die hatten schon fünfmal aneinander gegilf oh ich bin ah verdammt Achtung ganz hinten ganz hinten bei dem Raum äh er um die Ecke Der Kettentüb auspacken soll Ey das kann man doch knicken Das Einsatzziel wurde neutralisiert Zwei Leute Die Granate hat mich erwischt Die Runde bin ich gar nicht so schlecht 2800 Punkte schon Ich bin auch grad relativ zufrieden damit Ja du bist auch Erster Aber ich spiel heute auch Du Snap Weg Ich spiel auch heute erst das zweite Mal online Nimm das D-D-D-D Komm Ah ich bin doch nicht Wo sind die Toll alter welche Penne Du bist doch ein Idiot da unten Ganz ehrlich Ja du Ja ich Nein nicht du Ich stehe da an der Tür Und er blockiert mir den Weg Ob ich für dich voll angeschossen werde Die ganze Zeit Bist du den meisten lässt Der kann sich vorwürgen Der hat eine Granate Der wird wahrscheinlich gefallen Ja der hier Ja der oben rechts Ja der hat mich gefehlt Ja der hat mich gefehlt Ja der hat mich gefehlt Ach der olle Sniper schon wieder Alter der geht mir sowas von aufm Sack da oben Mit seinem scheiß gesnipere Ah Die gehen hinten ins Gebäude rein Ich bin jetzt hier im Mitteln erstmal Ey ich bin bei dir Ich bin bei dir Verdammt Ah das Frecklauf Nee Ich bin ohne zuerst mal Also nicht mehr Ja auf sie ist auf sie Ja nix mehr Warte ich hoffe du stehst sicher Ich bin noch lang Halbwegs Oh Ich bin die Leute mal kippen Wir mal bitte ein bisschen AMG im Nachbargebäude Ja ach Das ist full sighting Sniper Sniper Ich werde schon mal wiederbeleben Keimsteam Aua Hinter Hier Aua Aua Keine Muni für den Schuh Kötet mal mehr Verdammte Kacke Wo ist dir das Medikit? Komm stecken die hier das mal Erste Stockwerk Ja hab ihn gesehen Munition hast du da liegen Schön Nein Kack Oh Ah man Nein ich will die gerade reizen Dreck Ok Oh ich hatte 98 Punkte hab ich bekommen Also hat er ja fast nichts mehr gehabt Ja Aua 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 Da waren noch zwei Schade Klamater 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 Boah Noch eine Noch zwei alte Oh Wir machen riesige Fortschritte Wir haben einmal eine Station Klamater 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 es mehr so unterstützt aber das haben wir hier gar nicht wir haben einen zu kurzen Prozesshäuse haben wir auch nicht an Boah, ich Junge Blackstorm, ey Ich schieße jetzt noch kurz an den anderen Ich bin ja gleich zu vorn und hab gedacht Ah, scheiße, dann guck wieder einer von denen Deine Dreckchenbäude ist immer noch der eine Der ist runter Oh, von hinten, von hinten, einer ist im Haus drin, ne? Was? Doch, da ist einer, einer ist im Haus Ja, ich hab's gerade in den Schwung gekriegt Ich hab ihn grad noch schöner wischen Verdammt, da ist doch noch einer Nochmal einer Oh, nicht, hat grad, ne, wir haben ja Nicht, richtig geil Aua Nein, die Krise Jetzt hole ich mir nicht Wo gammelt der Dämpf, ne? Da wollen wir vorhin die Gammel haben Danke, danke, danke Ich geh lieber nach oben, da draußen auf der Straße wärst du unsicher Ich hock hier auch nicht auf der Straße, ich hock hier hin Blackstorm, ich war da draußen, der war gut Moment, noo Ah, der ist eviglich, Blackstorm ist eviglich krank von uns allen, der rennt überall raus Na klar Ja und der überlebt das auch noch Ja, der überlebt das auch noch Ja, das ist irgendwie heute krass Die zwei Aufnahmen im Laufen, jetzt geht's ab Die Schmitz Katz, also Normalfahrt, also Selbst Auf der Straße, auf der Straße sind drei Stück Ich glaub, die laufen alle ins Haus rein Oh Nein, auf Mist, nein, nein, nein Ah, scheiße, ich bin tot Das geht jetzt gleich Ja, 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 das geht jetzt gleich Oh, ich bin drittbeste im Team Erste Etage Ja, dann hast du einen gemessert Blackstorm? Nö Ich bin hier der Formatfreund Ah, da oben ist ein Fluch da, ja Stammplatz Boah, alter, ja Endshaft Verfisst Darum sind ganz viele, ey Ah, da sind alles die Camper da oben Ja? Warum stirbt ihr mir alle weg von mir? Kannst du mir auch nicht erklären Kannst du mir auch nicht erklären Schau, das geht jetzt schon richtig auf Im Sack So wurde ich hier mal schön wieder runterlieb Nein Aaaaaaah Ich hatte so was Besonders meistens, dann habe ich deine Verletzter Deine sicherste Deckung Und den Typen zu retten Nein, ist der tot Ja Immer so Braut uns auch sehr vor Oh ja Ah, meine Funktionsschutziger Die ist halt immer noch schön Okay, im gegnerischen Haus ist jemand im ersten Stock auf jeden Fall nicht Ich gehe mal auch im zweiten Stock Ich weiß nicht, ob ich hier ein Video davon mache Ich bin hinter dir Ich könnte eher so den Kill-Remake draus machen Darum hätte ich mal Bock Vor allem im Bike ist natürlich gut Weil ich mache mir ja gar nichts mehr zu Okay, hier ist jemand Verdammt, laut Und da runter? Ja Wie mir Woher nicht hinter dir sicher Ich spawne mich Äh, spawne euch mal bei mir Ich bin fast beim Labo Ja, das merken sie Ja, Moment Ja Ich übernehme dir gespawnt Frecke Ah, das war noch einer Fischi 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 Seid für Namen Boah, Alter Ich komm kaum ins Gebäude und reine schon da überall Da ist die sowas, was ich auch noch fressen kann Ich bin jetzt von 9 drüber Wenn ich karte brauche, da brauchst du jemanden an Dann kann ich wirklich Ah, ich nehme mal die im Schiff 9 Ich bin ein bisschen eingerostet Pass auf, Blackstombe, da sind sie alle, ne? Wenn du dabei bist Dwingy 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 Ah, ich bin nicht Dwingy Wir gehen einfach rechts rein Ganz rechts Ganz rechts Wir ficken sie, glaube ich, nicht so schlimm Doch, ich hab noch mal Oje, wer ist? Wer ist? Ah, scheiße Der ist noch zu klein Verdammt, Alter, die kommen ja zu dritt auf einmal rausgelaufen aus der Tür Ja Nein, ich halte mich doch gerade Ah, ich Bist noch da, Blackstombe? Ja, du bist aber klinisch rot Wenn du einen Am Boden legst und dann nochmal getötet wirst Dann, ja, kann man dich nur reparieren Dann müssen wir wieder einmal Ah, geht drauf Einfach will ich in den Mund werfen Äh, ich bin gleich noch jemand Und, dabei jemand? Nein, dann Ich brauch's grad selber Ah, noch 8 Kicke, jetzt noch 7 Nein, nein Ich bin direkt Ich hab grad um die Folge shield Aber immer noch einen Kill gemacht Und sogar noch nie überleben Weg Ah Ja man, nochmal einen Kill gemacht Perfekt Ah Naja Na aber trotzdem eine schöne Runde, muss man ganz klar sagen Also wirklich sehr schön Sogar 50 zu 16 Oder 50 zu 17 Ich weiß es nicht Ich glaub 15 zu 16 Hm Ah Ja, das ist dann auch noch Wenn ich mich mal wenigstens am Ausschmiss Ja, also am Anfang ist das Spiel mehr noch so, dass du häufig stirbst Und im Normalfall ist es auch so Aber ich weiß nicht was heute mit mir los ist Also heute Ja Hast du mehr Glück hast verstanden Heute bist du so drauf wie die Ding Matze Ja, genau So wie Matze heute Boah Guck mal, ich hab's gar ne bessere KD wie der im gegnerischen Team Der Beste Ach 3 3 313 Alter Also krank Richtig krank ist das Hm Ach, auf wenigstens 6900 Punkte bekommen Ja, also ich hab ähm 36.466 Punkte Ich glaub das wär bei dir fast ein Level, oder? Alles gegnerische Team ist ein bisschen weniger Am Anfang ist das noch ein Level Guck mal hier Die Gegner werden immer weniger Ah, perfekt Diese Runde Das haben wir noch drin Jetzt sind wir diesmal US Army Ich hab ihn mit Die Emma Eine Meter Er Er Er